Und willkommen zurück zu Sniper Leader. Unsere zweite Mission war noch nicht beendet. Insofern für euch das Intro und dann geht's los. Wow, Attacke. Jetzt haben wir den. Gleich entdeckt. Raum fängt es an, werden wir schon mal entdeckt. Tschüss. Oh, ein schwarz-weiß. Was ist das denn? Hat es jemand mitgekriegt? Oh, du wirst... Du, du... Mensch, ist ja richtig, dass man diesen Nestor ist. So, erstmal die Führungsriegel wegschießen. Bumm, ein Schuss. So, wer möchte jetzt den Kopf vorsprecken? Der ist auf die Schicht. Du hast auch keine Lust, ne? Aber hier war noch nicht unten einer, oder nicht? Oh, der kommt sogar noch drei an die Rand. Sag mal, da können wir doch mal... Hä? Ich hab doch gerade hier gewechselt. Das da. So, ihr macht das schon. Ihr müsst bloß mal herkommen. Schießen die auch mal auf mich. Ob das besser ist sie? Muss auch nicht. Oh, jetzt... Ich dachte schon, das geht nicht hoch. Aber man sieht fast gar nichts. Na gut, man sieht, dass sie zerfetzt sind. Nichts mehr übrig. Also, perfekt. So, aber irgendwo ist ja noch einer. Der schießt doch mich. Ja, ich bin gerade am Durchsuchen. Warten Sie mal einen Moment. Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Noch einige geht noch hier in der Richtung. Scheiße. Ungünstige Position, ja? Müssen wir uns einen anderen Weg suchen, glaube ich. Äh, das träge der jetzt, ey. Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Guckt ja jetzt, wer das General hier ist. Ich denke noch, ich bin irgendwo da hinten raus. Alter, drei Kugeln. Wie beim letzten Mal, glaube ich. Da hat doch irgendwie in die drei Kugeln mit der Schalli dem Pistolerin platzen müssen. So, aber du bist ja General. Du hast bestimmt wohl was in die Tasche. Ja. Das hier wird sehr nützlich sein. So, jetzt kommt der nächste. Heinz, kommt an die Rande, du weißt. Vorstand, wir können ja nur so komisch reden, weil wir Deutscher sind oder Italiener oder irgendwie Nazis. Was ist dann? Wiedersehen. Heute hat's los, die Augen aufhören. Ach, da oben. Und tschüss. So, was ist denn hier unten? Komm mal da runter, für eine Treppe. Sag dir, wo ist denn hier? War da oben, wa? Warte mal, wir machen mal hier den Generator aus. Wo ist denn hier? Wo ist denn der Generator, wo ist denn hier? Ja, guck. Bis wir nochmal runter? Oh. Ekelhaft, das wohl lagert sich jetzt schon teilweise hier. Weißt du das? Ja, sieht wohl nicht so richtig, oder? Oh, ist das nervig. Oh. Zweifft ja richtig hin im Ohr. Oha. So, was müssen wir denn hier hinten finden? Ist hier was? Hallo? Das ist sicher das Hauptquartier. Tolles Hauptquartier, das kenne ich mal da aus. Ob die Hütte hier? Ah, hier geht's nochmal nach dem Stück. Na gut, dann ist es nicht ganz so klein. So, was finden wir jetzt in der Kiste? Finden wir jetzt hier Sophia? Im Titel, wo Sophia ist? Was Sophia macht? Ihre Hobbys? Er hat noch nicht reingeguckt, aber er weiß, dass Sprengstoff drin ist. Cool. Was? Ach, du hast die Nachricht in Deutschland gelesen, weil ich auch nicht mitgekriegt habe. Dann hast du das gemacht. Das pfeift dir überall. So, irgendwo sind hier Gehtner. Die wissen, dass ich da bin. Aber die sind nicht mehr vorgewornt. Die sind schon, oder? Wie langweil. So, also, da oben hat einer. Ach, komm. Ey, wirklich jetzt. Jetzt muss ich den, wenn sie sich schießen. Ich kann mich mal heilen. Ich habe gedacht, ich kann das mal machen ohne heilen. Ups. Gut, wenn ich natürlich dreimal nicht richtig treffe, ist das natürlich scheiße. Dann die Leichname auch mit einer Sprengpfeile versehen. Oh, hier liegt ein Zettel schon. So, das muss man jetzt hier noch machen. Was? Was? Indem du es so ausschlöchst. Nur einsatz eines Krambewerbs. Ja, mache ich nicht. Ähm. Da müssen wir noch den Scharfschützen durchsuchen. Bunker finden. Und zu vier finden. Okay. Da ist ja noch einiges zu tun. Das ist natürlich eklig. Aber dann schauen wir doch mal. Halt der sich wirklich nicht so, ne? Keine, keine Heilung so im... Also hier, das ist jetzt zumindest ein Balken oder so, ne? Wahrscheinlich bin ich schon beim ersten Balken. Ja, jetzt haben wir so ein Generator, okay. Jetzt habe ich jetzt den ganzen Tag so einen, was würde ich sagen, keinen vernünftigen Ton. Klingt alles so, so dumm. So, mal hinhocken. Kingen wir den noch vorher, bevor er weg ist? Oh, 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 oh. So, noch wer? Ja, das sind noch zwei. Der Sound ist kacke. So, ihr habt noch nichts gesehen, aber durch die Silhouette weiß man ja immer, wo wer ist. Noch wer? Wen hast du angewunken? Hier ist ja okay noch. Blödkopf. Gut, müssen wir jetzt durch mit dem Sound, es sei denn, ich heile mich. Kann ich mich ja heilen, ist ja scheißegal, oder? Gibt es hier noch eine Mission für nicht heilen? Hm. Nö, ich kann mich heilen, ist also vollkommen buggy. War bloß in der ersten Mission sogar. Ja, dann haben wir gleich wieder vernünftigen Sound. So. Wollen wir mal hochklettern zu dem Schauschützen? Ich weiß ja immer nicht, ob ich Lust habe, eigentlich alle Pfeifen hier zu durchsuchen. Sonst nichts. Warte nicht. Hm, Schauschützenbericht. Wollen wir mich hier hoch? Hier raus? Oh, es ist ein Squid hier, guck er an. Oh, springen. Kann er nicht, nee. Ich muss an der Kette hochklettern. Und wo noch rüber. Stück Metall sah so aus, als wenn ich da ran kann. So, hallo. Unser Freund führt Tagebuch. Ah, super, Tagebuch. Steht drinnen, was deine Lieblingskekse sind. Welche Fußballkarten er schon gesammelt hat. Okay, haben wir die Ecke hier also auch gespielt? Schatten sieht teilweise grisselig aus. Haben wir noch einen Fluss? Laufen wir jetzt außen rum, laufen wir innen rum, laufen wir mittig. Das ist zumindest der Funk-Traum. Musst ja der Funker hier irgendwo sein, oder? Oh. Oh. Was? Das ist blöd, wenn man neben Springstoff wartet. ja ich will zerschmetter die pfeife wo sind die da unten wir müssen wir hier ich würde lieber den kopf unternehmen mit zum herum zu finden ich durch die büsch das kacke seht ihr nicht richtig ist dann jetzt hin der musste hier irgendwo sein sehr viele rote punkte hier gerade das ist alles alle haben sich wieder beruhigt haben das ein paar tote ist also nicht so schlimm in sich mit aus es ist immer so rucki zuck ich meine wir haben keinen erwischt aber bloß weil sie mal zehn sekunden jemanden nicht sehen sagen sie sich akkomm ist alles wird auch super so die richtung soll noch mal geht noch sein das ist eine höhle mich hier nicht hoch irgendwo nachkommen muss jetzt wirklich den ganzen weg so das war's wohl noch jetzt wissen wir da keiner mehr bescheid wenn wir also wunderbar umschleichen hier oder umheizen die karte ist natürlich völlig völlig übertrieben gut wisst du mal genau wo wer ist so muss hier anschleichen irgendwo ist ja noch eher wo muss ja hier noch ein funk aus sein ist der typ im auto am auto bis zu übern naja so irgendwer hier noch in der ecke wo wir auf die tier ist auch weg du hast nix über den kopf hier ja versteckt euch mal ach wirklich was ihr dacht der fällt auch spaß um wo würden die herkommen hier oder was scheint so so kaufen wir uns mal ein bisschen zeit so wusste der general so dichter schwimmen sind einfach den neuen dienplan ist verwendbarer eingesagt so machen jetzt muss ja um wir an den typen rankommen noch irgendwie rum ich meine die wissen jetzt dass ich von hier komme auch einen anderen weg warum heilen bei uns weil hier gibt es ja noch mal ein großes medie immer noch nicht denkbar hin bauen als sie mal rumlaufen wollen oder so so ansonsten scheint sie nirgends weiter zu gehen wie sieht es hier aus kommen wir hier irgendwie an die rand so eine kiste zum durchspülen bei der mensch oder ob wir uns zu suchen oder kommt man auch irgendwie anders hin da unten lang wir laufen noch mal rum die stelle war ein bisschen kacke damit gucken hier geht es tief runter fehlt du noch so ein atmer muss immer noch ein atmer abschießen ok obwohl er seine ausdauer jetzt maximal da hat kann er immer noch brennen und jammer unten nicht rum dass er schon wieder nicht mehr kann das ist eigentlich ganz schick so hat er mich verguckt war das licht so komme ich ja von der seite müssten hier wieder null plan haben und ich müsste hier alle weg passieren können da hoch wie ganz schön wo noch passiert mir ist hier los ist gleich hier irgendwie noch gegen die praktizanen dass der funker war ich kümmere mich lieber um den funker bevor seine freunde benachrichtigte so wird nichts benachrichtigte meine güte wird sich denn hier alles ach gucke an noch ein abschiedsbrief funker ist hier rüber gelaufen aber hier war ich doch vorhin das heißt ich habe jetzt alles bis auf die hütte oder ist hier noch etwas reiche so viel an der borg ja also darf ich die sprengleitung dran packe und dann haben wir es war engel der barmherzigkeit wo waren das jetzt war hier hinten irgendwie da oben drinnen schon mal rumlaufen war hier noch einen anderen weg da rein scheiße es muss ganz im weg rum war das sagt die kiste hier noch hat die noch irgendwie ein brief drinnen und was tolles aber schön ist sonst ist nichts mehr zu finden mensch ich hätte hinten ein stück hoch den weg gehen können ich hätte es bestimmt voll verkackt und unnötig den langen weg hier gelaufen aber gut der kann ja super schnell sprinten oder ziemlich schnell das funktioniert dafür kann er nicht vernünftig schleichen da braucht er ja monate für immer noch nen atmer ja danke danke geht doch läuft auch hier mit fortschritt nein ich schaffe sowieso nicht alle habe keine lust hier da müssen wir im internet nachgucken oder drei stunden in der mission verbringen und jede scheiße durchspülen jede ecke angucken machen wir alles nicht aber was man mitnehmen kann und so nehme ich auch mit punktum noch ausmachen reicht das so ich bin ich alles sozial in diesem scheint abzeichen macht jetzt die sprengladung dran ist ein tier was man will nicht zu spät soll ich denn zu spät sein was die gesagt dass wir uns hier bei einem ist kommst du mir hier so oder weiß wo hoffentlich geht das dann nicht mit hoch und ich gehe euch kaputt und das so lange hallo ich bin der karl das war's so was macht jetzt noch karl guckt verwirrt sie müssen der engel sein ja das sieht total toll aus der soe scharfschütze schön sie hier zu sehen sie hat uns gerettet worauf warten sie noch reden wir na dann los rede freuen wir uns auch mit den umweltschen leuten am strand reden da hat sie voll bock drauf gut haben wir ihn schafft jo dann was haben wir als nächstes was gibt's hier noch schönes oh freundliche erfahrungen jo hübsch so nächste mission ist äh viadukt reggelino ok wissen wir bescheid eisenbahne schutz irgendwas einfach so eine typische eisenbahnbrücke mission wo man irgendwo was kaputt schießt dann stotzt es ja runter oder was ganz klassisch nochmal sagen wir mal 81% wenn man sich steuern hehehe gut das seht ihr dann beim nächsten mal bis dahin tschau tschau Bäume Och du auf go wo mamy die Untertitelung des ZDF, 2020